Mein Mann steht auf der Liste. Freunde von uns haben uns davon verständigt, dass wir Wurkel abgeholt werden. Wir müssen es riskieren, noch heute Nacht irgendwie über die Grenze zu kommen. Frau Mendelssohn, überlegen Sie sich das, Gusto, fast aussichtslos. Ach, was haben wir denn noch zu verlieren? Herr Doktor, Sie haben uns die ganze Zeit über geholfen. Doch, doch, einer der wenigen. Ich habe noch eine Bitte an Sie und darum bin ich gekommen. Bitte verfügen Sie an mich, ich will ja alles tun, was in meiner Macht steht, ist nur leider sehr wenig. Bitte, nehmen Sie das an sich. Das ist ein Lageplan. Die Straße und die Hausnummer habe ich vorsichtshalber weggelassen, die kennen Sie ja. Ich habe in unserem Garten unser ganzes Vermögen vergraben. Gold und Schmuck und Wertsachen eben, alles, was wir besitzen. Es mit auf die Flucht zu nehmen, das schien mir zu riskant. Vielleicht geschieht ein Wunder und wir können eines Tages wieder zurückkommen. Wenn der Spuk vorbei ist oder unser Sohn kommt aus England zurück und meldet sich bei Ihnen, dann geben Sie ihm bitte die Skizze. Gut, Nefa, unterscheiden Sie ja bitte auf alle Fälle, die Sie Generalvollmacht, damit ich Sie in allen Rechts- und Vermögensangelegenheiten vertreten kann. Herr Präsident, Sie haben ja unser volles Vertrauen, aber ich möchte Sie auf keinen Fall durch meine Bitte in Gefahr bringen. Reden Sie doch keinen Unsinn. Alles, was in diesem Zimmer besprochen wurde, wird nie ein Mensch erfahren. Fräulein Fritza, Sie waren also Hausangestellt im Hause von Dr. Nova und haben angegeben, dass Sie in der fahrtlichen Silvesternacht Ausgang hatten und es gegen halb sieben Uhr am Morgen wieder nach Hause kam. Na, nun erzählen Sie uns zuerst mal, was Sie noch am gleichen Tage in der Garage entdeckt haben. Meinen, der Herr Vorsitzender jetzt das Fahrrad oder den Spaten? Beides. Na ja, die waren auch dreckig. Wie kommt das denn nun eigentlich, dass Sie sich so ganz genau an das alles erinnern? Es ist doch schließlich schon eine ganze Weile her, nicht? Nee, den Silvester werde ich so schnell nicht wieder vergessen. Es war doch die Nacht, wo ich meinen Franz kennenlernte und da am nächsten Tag doch der Krach wegen dem Füllfederhalter. Was war denn mit dem Füllfederhalter? Na, der Herr Doktor vermisste ihn und wir mussten ihn suchen. Wir haben das ganze Haus auf den Kopf gestellt. Das war mir sehr unangenehm. Unser einer kommt ja immer zuerst in Verdacht und ich hatte ihn wirklich nicht genommen. Herr Vorsitzender, ich habe überhaupt noch nie etwas genommen und es war auch das allererste Mal, dass in dem Haus, wo ich angestellt war, irgendwas vermisst wurde. Ja, nun ziehen Sie sich mal diesen Füllfederhalter genau an. Ist das der Füllfederhalter, den Herr Doktor Nova am 1. Januar 1947 vermisst hat? Da, das Monogramm MN. Ja, ja, das ist er. Ah, danke. Ich habe keine weiteren Fragen mehr. Nein, 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 Sie müssen doch bleiben. Sie müssen jetzt die Fragen vom Herrn Staatsanwalt und vom Herrn Verteidiger beantworten. Frau Lein-Friedsam, wie lange haben Sie bei Doktor Nova gearbeitet? Sechs Jahre. Eine lange Zeit. Da lernt man einen Menschen und seine Gewohnheiten recht gut kennen. Könnten Sie uns zum Beispiel sagen, wie lange Doktor Nova im Allgemeinen zu schlafen pflegte? Nicht lange. Wenn es draußen hell wurde, hielt es im Bett nicht länger aus. Er war immer schon vor mir auf. Ich glaube, das kommt vom Alter. Und nun frage ich Sie, um wie viel Uhr ist Doktor Nova an jenem 1. Januar 1947 aufgestanden? Erst kurz vor Mittag. Womit erklären Sie das? War er etwa krank? Nein, nein, das bestimmt nicht. Oder vielleicht sehr müde. Angenommen, er als Geistesschaffender, der körperliche Arbeit nicht gewohnt war, hätte vielleicht kurz vorm Schlafengehen noch im Garten gearbeitet. Ich bitte, diese Frage zurückzuweisen, Herr Vorsitzender. Der Herr Staatsanwalt versucht, die Zeugin zu beeinflussen, Vermutungen auszusprechen, an die sie selbst niemals gedacht hätte. Die Frage wird zurückgewiesen. Nun, dann nur noch eine letzte Frage. Wissen Sie, Fräulein Friedsam, wann Doktor Nova in jener Silvesternacht zu Bett gegangen war? Nein, das kann ich nicht sagen, weil ich doch mit meinem Franz aus war. Aber es muss wohl so um halb eins gewesen sein. Denn ich erinnere mich noch ganz genau, dass mich die Frau am nächsten Tag gefragt hat, wie ich denn den Silvester verbracht hätte. Und dabei hat sie mir erzählt, sie wären nur bis Mitternacht aufgeblieben, um auf das neue Jahr anzustoßen. Und dann sind sie anschließend ins Bett gegangen. Das würde also bedeuten, dass Doktor Nova, der sonst an Schlaflosigkeit litt, ausgerechnet in jener Nacht fast zwölf Stunden geschlafen hätte. Fräulein Friedsam, ich danke Ihnen. Fräulein Friedsam, in der Garage befanden sich zu jener Zeit nur Gartengeräte und das Fahrrad. Was suchten Sie eigentlich in der Garage? Den Füllfederhalter. Ja, jetzt erinnere ich mich ganz genau. Ich wusste schon gar nicht mehr, wo ich ihn suchen könnte. Und da dachte ich mir, vielleicht ist er dem Herrn Doktor in der Garage aus der Tasche gefallen, als er das Fahrrad abstellte. Ja, dann bleiben wir doch schön auf Ihrem Platz. Ja, das könnte stimmen. Aber das bedeutet wiederum, dass Sie ohne den verlorenen Füllfederhalter keinen Grund gehabt hätten, die Garage zu betreten. Stimmt's? Ja, das stimmt. In Folge dessen waren Sie also am 31. Dezember, als noch kein Füllfederhalter vermisst wurde, nicht in der Garage. Nein. Und der Woche davor auch nicht. Womöglich schon seit Monaten nicht mehr. Nein, bestimmt nicht. Demzufolge muss der Spaten ja nicht erst in der Silvesternacht schmutzig geworden sein, wie es uns der sehr verehrte Herr Staatsanwalt hier einzureden versucht. Möglicherweise stand er schon seit Monaten so da. Und was das Schlafen bis gegen Mittag anbetrifft. Nun, mein Mandant hatte sich eben einen kleinen Rausch angetrunken. Fräulein Friedsam, halten Sie Ihren früheren Arbeitgeber, Dr. Nova, für einen gemeinen Dieb, der imstande ist, eine unglückliche, schicksalsgeprüfte Frau auszublündern. Nein. Fräulein Friedsam, ich danke Ihnen. Keine weiteren Fragen. Herr Bauer, Sie waren doch mit Ihrer Frau Gemahlin in der Silvesternacht 46, 47 bei der Familie Nova zu Gast. Ja. Können Sie sich daran erinnern, wie viel der Angeklagte in jener Nacht getrunken hat? Also, viel bestimmt nicht. Wir hatten nämlich nur eine Flasche Sekt für vier Personen. Also, Sie können es beeiden, dass sich der Angeklagte in jener Nacht keinen Rausch angetrunken hatte? Nein, keineswegs. Das kleine Gläschen Sekt, also ich weiß nicht. Danke. Ich habe an den Zeugen keine weiteren Fragen mehr. Herr Hartmann ist gut. Sie gaben bei der Polizei an, dass Sie im Januar 1947 an den Angeklagten verschiedene Lebensmittel verkauft haben, die der Angeklagte mit Golddollar bezahlt haben sollen. Jawohl, Herr Vorsitzender. Wie viele Golddollar haben Sie von dem Angeklagten bekommen? Ach, nicht viel. Ich war ja kein Unmensch, der arme Leute ausgenommen hat. Vielleicht fünf, sechs, fünf Dollar Stück. Hat Ihnen der Angeklagte gesagt, woher diese Golddollar stammten? Nein, aber hat mich auch nicht interessiert. Hauptsache Golddollar waren echt. Staatsanwalt, haben Sie noch Fragen an Ihren Zeugen? Nein, danke. Aber ich, wenn es mir das hohe Gericht gestattet. Bitte sehr. Herr Manescu, Sie waren doch damals Schwarzhändler, nicht wahr? Ich? Ich weiß nicht, was das mit dem Fall zu tun haben soll und erhebe daher Einspruch. Bitte, ich nehme den Ausdruck zurück und überlasse es dem Herrn Zeugen, seine damalige Tätigkeit selbst zu bezeichnen. Ich war Geschäftsmann. Na schön, Sie waren also Geschäftsmann. Sagen Sie mir doch bitte, war Dr. Nova Ihr einziger Kunde? Was? Ich habe damals die halbe Stadt gerettet vom Hungertod. Aber Sie wollen mir doch nicht sagen, dass Sie das umsonst getan hätten. Nein, ich war Leutnant bei königlicher rumänischer Armee und nicht bei Heilsarmee. Das hätte ich auch gar nicht vermutet. Aber verraten Sie uns doch bitte mal, womit sind Sie eigentlich bezahlt worden? Na, womit alle damals bezahlt haben mit Gold, Dollar, Zigaretten, anderes habe ich gar nicht angenommen. Das heißt, Sie haben also ständig gestohlene Dollar und Gold bekommen. Wieso gestohlen? Alle Leute vor dem Krieg haben versucht, Geld in Gold und Dollar umzutauschen. Im Krieg ist das die beste Devise. Und nach dem Krieg, als Sie nicht zu essen gehabt haben, konnten Sie Ihre Gold, Dollar nicht essen, haben ungetauscht gegen Lebensmittel. Danke, das gilt nämlich auch für meinen Mandanten. Diese fünf Gold, Dollar waren nämlich seine ganzen Ersparnisse. Aber noch eine letzte Frage an Sie, Herr Mönesko. Woher wissen Sie denn so genau, dass Sie das Geschäft mit meinen Mandanten im Januar 1947 gemacht haben? Wieso sind Sie dieses Zeitpunktes so sicher, dass Sie hier keinen Mein alt leisten? Ich habe nie gesagt Januar. Ich habe gesagt zweiter Winter nach Kriegende. Es könnte also ebenso gut schon im Dezember vor jener Silvesternacht gewesen sein. Ja. Danke, das ist geliebt. Frau Nova, ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Sie als Ehefrau des Angeklagten die Aussage verweigern können. Wenn Sie aber aussagen, müssen Sie die meine Wahrheit sagen, denn Sie können möglicherweise später vereinigt werden. Bitte, ich möchte aussagen. Ich kann beschwören, dass er in der fraglichen Nacht die Villa für keine Sekunde verlassen hat. Und wieso schlief er so lange? Nun ja, weil er betrunken war. Von einem Gläschen Sekt? Nein, sondern von zwei Flaschen, die er fast allein ausgetrunken hat. Das war nämlich so, als wir damals die Bauers zu Silvester eingeladen hatten, da dachten wir, dass auch Sie etwas zu trinken mitbringen würden oder etwas zu essen. Sie wissen ja selber, wie knapp damals alles war. Und da konnte man doch erwarten, dass auch der andere was beisteuert. Naja, Bauers brachten leider außer Hunger und Durst überhaupt nichts mit. Und da haben mein Mann und ich uns verständigt, sie so schnell als möglich loszuwerden. Deshalb sagten wir, dass wir nur eine Flasche haben und Martin spielte den Schläfrigen. Und als Bauers dann gegangen waren, da haben wir ganz allein weiter gefeiert, bis der Morden graute. Ja, das klingt ja alles sehr glaubwürdig. Aber wie erklären Sie sich die Sache mit dem Füllfederhalter? Wie kam der in den Eimer, aus dem der Täter ein ganzes Vermögen entwendete? Herr Vorsitzender, ich bin nur eine Frau und ich habe von juristischen Dingen keine Ahnung. Aber dieser Füllfederhalter ist für mich der Beweis der Unschuld meines Mannes. Man hat ihn ihm gestohlen und in den Eimer gelegt, um den Verdacht auf ihn zu lenken. Seit Wochen ist das Bild meines Mannes in allen Zeitungen zu sehen und man sucht nach Leuten, die ihm in jener Nacht begegnet sind. Es war Silvester. Die Straßen wimmelten von fröhlichen Menschen. Da hätte doch ein grauhaariger Herr, der mit einem Spaten in der Hand durch die Nacht radelt unbedingt auffallen müssen. Er hätte Hunderten auffallen müssen. Aber hat sich bis jetzt nur ein einziger gemeldet, der ihn gesehen hat? Ja. Hohes Gericht, ich beantrage die Vernehmung des Musikstudenten Ferry Meitner, der sich aufgrund der Berichte, die in den Zeitungen über diesen Prozess erschienen sind, soeben bei mir gemeldet hat. In der Silvesternacht des Jahres 1946 auf 47 kam ich auf dem Nachhauseweg an dem Grundstück Gartenweg 9 vorbei. Das ist ganz in der Nähe meiner Wohnung. Ich erinnere mich deshalb so genau, weil ich an jenem Abend aushilfsweise in der Roxy-Bar gespielt habe und sonst nicht so spät unterwegs war. An dem Gartentor brannte eine Laterne und im Schein dieser Laterne sah ich einen großen grauhaarigen Mann, der suchend im Garten auf und ab ging. Er trug, soviel ich beobachten konnte, einen Spaten und ein Stück Papier in der Hand. Groß Gericht! Ich stelle den Antrag festzustellen, ob damals überhaupt eine Straßenlaterne brannte. Zu Ihrer Beruhigung, Herr Verteidiger, die Sache wird bereits überprüft. Herr Meitner, würden Sie den Mann wiedererkennen? Ja. Bestehen Sie auf, Herr Nova. Herr Meitner, erkennen Sie in dem Angeklagten den Mann, den Sie damals im Garten gesehen haben? Ja. Aber Sie haben ihn ja gar nicht angesehen. Ich habe doch sein Bild gestern in der Zeitung erkannt. Und als ich gelesen habe, um was es in diesem Prozess geht, hielt ich es für meine Pflicht, mich zu melden. Herr Meitner, ich nehme an, dass Sie bekannt, dass eine größere Menge Alkohol, das Sie vermögen, recht empfindlich stören kann. Es gab damals sehr wenig zu trinken, Herr Vorsitzender. Ich glaube wohl sagen zu dürfen, dass ich nüchtern war. Wie lange war Ihr nach Hause weg, Herr Meitner? Von der Roxy war bis zu meiner Wohnung geht man ungefähr eine halbe Stunde. Na also, Herr Verteidiger, wenn Sie schon auf den Alkohol anspielen, dann wissen Sie auch, dass jemand, der veröffentlichte Ordnung ein, in der fraglichen Nacht brannte bereits die Straßenbeleuchtung vor dem Grundstück Gartenweg 9. Ich frage Sie, Herr Meitner, ist der Angeklagte der Mann, den Sie gesehen haben? Ja, ich sagte doch bereits, er ist es. Bitte schauen Sie den Angeklagten nochmals an. Ja, ich bin ganz sicher, Herr Vorsitzender. Der Zeuge muss sich irren, er hat mich verwechselt. Ich war nur ein einziges Mal auf diesem Grundstück und zwar an jedem Tag, als ich mit Frau Mäntl so in diese entsetzliche Entdeckung machte. Herr Meitner, das Gericht wird Sie jetzt vereidigen. Wir spüren bei Gott immer mächtig und alle Wissenden, dass sie nach bestem Wissen die reine Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen haben. Erheben Sie die rechte Hand und sprechen Sie mir nach. Ich schwöre es, sobar mir Gott helfe. Ich schwöre es, sobar mir Gott helfe. Zehn Jahre Zuchthaus. Nicht auszudenken, wenn der Mann unschuldig ist. In diesem Falle hätte man auch seiner Frau Unrecht getan. Auch wenn es nur drei Monate waren. Was, die hat man auch verurteilt? Ja, wegen falscher Aussage vor Gericht. Aber wenn Ihr Mann unschuldig sein sollte, dann ist sie es doch auch. Dann war doch Ihre Aussage richtig. Du musst was unternehmen. Unbedingt. Wie stellst Sie das vor? Der Mann ist rechtskräftig verurteilt worden. Er hat einen ordentlichen Prozess gehabt, er hat alle Möglichkeiten wahrgenommen. Soll ich da plötzlich kommen und behaupten, entschuldigen Sie meine Herren, aber ich habe das Gefühl, das stimmt, weiß nicht? Allerdings sollst du das. Auf dein Gefühl kann man sich meist verlassen. Vielen Dank. Nein, das ist eine zweischneidige Angelegenheit, alte Sachen wieder auszugraben. Glaubst du, ich bin klüger als Richter, Staatsanwälter und Verteidiger zusammengenommen? Aber du hast mir doch immer gesagt, ein Mensch kann nur verurteilt werden, wenn in seiner Schuld kein vernünftiger Zweifel mehr besteht. Genau. Du zweifelst doch jetzt. Da musst du doch alles dran setzen, was du nur kannst, um dem Menschen zu helfen. Außerdem wäre es ganz gut, dass du mal zeigst, dass du mehr kannst, als diesen täglichen Routinekram. Und wenn ich einen Misserfolg habe? Nur Kosten, Mühe und Ärger. Das ist nicht zu ändern. So was musst du in Kauf nehmen. Ich kann sie sehr gut verstehen, lieber Bayer. Ich war auch mal jung und hatte Ideale, aber die habe ich mir in langen Jahren hergründlich abgewöhnt. Ich bestreite gar nicht, dass auch mal ein Unschuldiger durch unglückliche Umstände in die Maschen des Gesetzes geraten kann. Aber Iannowa gehört nicht dazu. Gerade in seinem Falle sind Ermittlungen mit besonderer Sorgfalt geführt worden. Es handelte sich immerhin um einen angesehenen Mann, noch dazu einen Juristen. Ich habe mir jetzt diese Prozessakten genau durchgelesen und den Mann in der Strafanstalt gesehen. Er ist zweifellos hochintelligent. Es will mir nicht in den Kopf, dass ein solcher Mann so primitiv, so kindisch vorgegangen sein soll. Aber er musste doch annehmen, dass diese Frau Mendelssohn nie mehr zurückkehren würde. Der Krieg war schon jahrelang zu Ende und weder Sie noch Ihr Mann noch Ihr Sohn hatten sich bei ihm gemeldet. Zugegeben, das ist ein Motiv, aber in erster Linie ist er doch auf die Aussagen Grundstückgartenweg 9 hat der Zeuge Meitner unter sechs Personen einwandfrei Dr. Nova als die gesuchte Person ermittelt. Und außerdem bleibt immer noch die Sache mit dem Füllfederhalter. Oder können Sie vielleicht erklären, wieso der in dem Eimer gefunden wurde? Noch nicht. Oder vielleicht doch. Sie haben es gehört. Und genauso hätte es Dr. Nova hören müssen, wenn der Füllfederhalter in den Blecheimer gefallen wäre. Denn er lag auf dem Boden des Eimers, oder etwa nicht? Vergessen Sie nicht, das war Silvesternacht und knallen Geschrei auf der Straße. Da kann das überhört haben. Kann, kann, ja, das glaube ich eben nicht. Nein, nein, für mich ist der Fall ganz klar, jemand hat mit böser Absicht den Füllfederhalter in den Eimer hinein praktiziert, um ihn zu belasten. Sie ich wollte ihn ja eigentlich später nehmen, aber der Fall lässt mir keine Ruhe. Sie sind schon ein hartnäckiger Bursche. Meiner trägt, nehmen Sie sie ja nur auf. Ich wusste ja, dass ich mich aus I verlassen kann, Herr Kriminalrat. Über eins sind wir uns aber klar, Inspektor Bayer, nur private Ermittlungen, keine Amtshandlung ohne Ihre ausdrückliche Genehmigung. Herr Dr. Nova, ich beschäftige mich seit kurzem mit Ihrem Fall und ich möchte Ihnen sagen, dass es noch mehrere Leute gibt, die an Ihre Unschuld glauben. Außer Frau Mendelssohn und Ihrer Frau zum Beispiel ich. Sehr gütig von Ihnen. Aber ich habe die Hoffnung längst aufgegeben. Mein Verteidiger hat sie aufgegeben und meine Frau auch. Übrigens ist der Lehn nicht mehr meine Frau. Was? Sie hat sich scheiden lassen? Nein, sie nicht. Sie hätte das nie getan. Ich habe auf der Scheidung bestanden. und einer Frau wie Helene nicht zumuten, ihren besten Jahren in einer Zuchthäusler gekettet zu sein. Ich verstehe. Besucht sie sie manchmal? Sie wollte es natürlich, aber ich habe abgelehnt. Es wäre zu schwer für mich. Man kann das Leben hier nur ertragen, wenn man alles, was von draußen kommt, abgeschrieben hat. mir ist schon nicht recht, dass sie mir jeden Monat ein Paket schickt, aber ich habe einfach nicht das Herz zurückzuweisen. Könnten Sie mir ihre Adresse geben? Ja, sie musste umziehen, sie musste unser Haus aufgeben. Sie hat jetzt ein kleines Appartement in der Langerstraße, 17 Erste Etage. Sie wollen sicher zu Frau Nova, die ist verreist. Ach, das ist aber dumm. Können Sie vielleicht sein, wann sie wieder kommt? Schwer zu sagen, sie ist meistens unterwegs, sie ist doch Reiseleiterin irgendwo. Die muss ich doch selbst ernähren, diese arme Frau. Ihr Mann sitzt, hat krumme Sachen gemacht, unter Schlagungen. Ich muss schon sagen, wenn das meiner wäre, er kriegte was anderes als Pakete. Von wo schickt sie die Pakete? Das muss ich immer erledigen. Dafür schickt sie mir pünktlich das Geld. Und von wo schickt sie das Geld? Es kommt fast immer aus einer anderen Stadt. Manchmal aus dem Ausland. Ja, ich komme. Vielen Dank. Dann komme ich ein andermal wieder vorbei. Ich sage Ihnen, Dr. Nova ist es nicht gewesen. Nie und nimmer. Ich weiß, es ist eine Gefühlsache und ich stehe auch ziemlich alleine da mit der Meinung. Jedenfalls bete ich jeden Tag zu Gott, dass sich seine Unschuld herausstellt. Bitte schau. Und dass sich der wahre Täter endlich verrät. Ja, sehen Sie, ich bin der Meinung, dass er sich bereits verraten haben müsste. Er muss doch versucht haben, seine Beute loszuwerden. Was will er sonst mit den ganzen ? Ja, die davon ist auch nicht wieder aufgetaucht, hat die Polizei gesagt. Ja, ich weiß, aber es waren doch sehr kostbare und besonders markante Stücke darunter. Schauen Sie mal, hier dieser Smaragd zum Beispiel. Das ist ein Erbstück von meiner Großmutter. Der Großvater hat ihn ihr geschenkt zur Geburt ihres ersten Kindes. Das ist ein uraltes Bild. Sie werden mich gar nicht drauf erkennen. Oh, ich erkenne Sie schon. Ach, ich wünsche mir ja so, dass Sie Erfolg haben. Nicht meinetwegen. Glauben Sie mir, Geld ist nicht das Schlimmste, was man verlieren kann. Na, ich glaube, jetzt könnte man ihm sogar den alten Besitzer in die Hand rücken. Der wird seinen eigenen Stein nicht wiedererkennen. Beeil dich. Ritchie muss gleich kommen. Von mir aus kann er kommen. Ich bin fertig. 300 Piepen und dann an einem Tag fertig. Solche Preise kannst auch nur du machen. Das ist er. Lass mich mal mit ihm reden. Ich mach schon auf. Ach, Herr Inspektor, ist das sowas? Das ist aber wirklich eine Überraschung. Sag Charlie. Was will die Polizei schon wieder? Störe ich Sie gerade bei der Arbeit? Mich? Nein, nein, ich arbeite ja nicht mehr. Nicht? Wovon leben Sie denn? Oh, Sie haben Charlie Missverstand, Herr Inspektor. Charlie meinte natürlich nur, dass er mit heißer Ware nichts mehr zu tun hat. Das freut mich. Darf ich mich einen Moment setzen? Oh, leider, wir erwarten gerade jemanden. Ach so, ja, ich will jetzt, wo Charlie sich gebessert hat, kann es doch niemand sein, dem eine Begegnung mit mir peinlich sein könnte, oder? Nein. Nein, nein. Wo denken Sie hin, Herr Inspektor? Die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Ja. Aber dürfen wir jetzt fragen, was uns das Vergnügen schafft? Ja, das Vergnügen hatten in den letzten drei Tagen schon mehrer Kollegen Ihres verehrten Herrn Gemahls. Ich bin nämlich auf der Suche nach etwas ganz bestimmten und ich habe so das Gefühl, hier bin ich richtig. Haben Sie einen Haussuchungsbefehl? Nein, im Moment noch nicht, aber mein Kollege wird hier im Moment eintreffen und ich glaube, wir werden mit jener Schublade beginnen. Vielleicht befindet sich dort dieser 15-karätige Schmaragd. Aber der ist doch schon längst. Was? Was ist mit dem schon längst? Was ist mit ihm schon längst? Passen Sie auf, schau einen Vorschlag. Ich weiß, dass Sie diesen Stein umgearbeitet haben. Ich weiß auch, dass sich in dieser Schublade zur Zeit eine heiße Ware befindet. Aber widersprechen Sie nicht, ich weiß mehr als denken. Aber ich schwöre Ihnen, Herr... Lass doch den Quatsch. Du hörst, der Herr Inspektor will uns einen Vorschlag machen. Mich interessiert nicht, was sich zur Zeit in dieser Schublade befindet. Ich da war ja ein Mittelsmann eingeschaltet, den ich nie zuvor gesehen hatte. Aber ich könnte... Was? Ich könnte Ihnen verraten, wie der Smaragd jetzt aussieht und wo Sie ihn eventuell finden könnten. Bitte nehmen Sie doch Platz, Herr Inspektor. Danke. Ich habe mir unseren Urlaub zwar anders vorgestellt, aber bitte, Wien ist ja auch ganz schön. Dann eben später an die Adria. Na hör mal Adria, woher nehmen wir das Geld dazu? Wir haben doch unsere Reisekasse. Na die wird sehr schnell ein großes Loch kriegen. Wenn ich erst anfange mit den Ermittlungen entstehen doch Spesen. Aber wenn du Erfolg hast, dann bekommst du deine Ausgaben doch wieder, oder? Ja, wenn ich Erfolg habe. Dann bin ich beruhigt. Meine kleine Optimistin. Ich habe den Schmuck beim Juwelierhaupt am Graben gekauft. Das erste Haus am Platz. Vor zwei Jahren. Ein Geschenk an meine Frau. Gestatten Sie Herrn, oder Marc? Ja, bitteschön. Steht Ihnen natürlich frei, sich zu informieren. Ich lege sogar den größten Wert darauf. Das ist doch ausgeschlossen, dass Herr Juwelierhaupt mir einen Schmuck dunkler Herkunft verkauft hat. Aber geht's. Unsere Firma besteht seit über 50 Jahren, Herr Spektor. Der Namehaupt ist eine Gütemarke. Der Verdacht, es könnte sich um eine gestohlene wahre Handeln ist völlig abwechig. Im Allgemeinen verarbeiten wir unseren Schmuck selbst. Aber Herr Möller Marc ist ein ausgezeichneter Kunde und er wollte seiner Frau etwas besonders schenken. Ein lupenreines Marat über zehn Karat. Ich hatte damals nichts derartiges anzubieten und fand mich an einem Stein Händler. Ihm ist es dann auch gelungen einen Schluck aufzutreiben der den Ansprüchen von Herrn Möller Marc entsprach. Es liegt mir natürlich völlig fern Ihre renommierte Firma zu verdächtigen aber Sie müssen verstehen ich muss jeder Spur nachgehen. Könnten Sie mir die Adresse dieses Stein Händlers nennen? Auch da werden Sie wenig blick haben Herr Inspektor. Herr Büro von Herrn Warasch jetzt befindet sich Schottengasse 108. Es kam seinerzeit eine gewisse Ilona Bekeschi zu mir. Nehmen Sie doch Platz bitte. Sie war gerade aus Ungarn geflüchtet hat mir den ganzen Familienschmuck angeboten das einzige was sie gerettet hat. Selbstverständlich hat sie sich legitimiert. Ach war das eine bezaubernde Frau. Elegant schwarz gescheit und fest so was begegnet man eine tolle Tage nicht. Selbstverständlich habe ich mich über sie erkundigt und ihr den Kaufpreis erst drei Wochen später ausbezahlt. Das stimmt alles sag ich. Schauen Sie die Bekeschi sind das heißt sie waren sehr reiche und angesehene Leute in Budapest Verwandte von ihr denen es nicht gelungen ist herauszukommen die leben doch heute noch da. Können Sie sich zufällig an ihre Adresse erinnern? Ja warten Sie natürlich es muss ja da drin stehen die wohnten damals in der Pension Altwin in der Spiegelgasse aber leider Guten Tag Grüß der Hand Sie wünschen? Ich hätte eine Nachricht für Frau Ilona Bekeschi Ach für die Frau Bekeschi die wohnt aber nimmer da schon lang nicht mehr Ach das ist doch schade könnten Sie mir sagen wo sie hingezogen ist Nein das weiß ich leider nicht Grüß der Hand das war eine feine Dame die habe ich gern mögen schon wieder früh da hat sich die ein Frühstück bestellt mit Schinken und Eier und Kompott und Krochen hat sie mir französisch wunderbar und die Unterwäsch alles aus Seide fast nichts Ja ich sag ihn von dir in die Kreuzung gekommen ist dort der Wachmann salutiert und das Licht klar auf grün stellt Muss ja tatsächlich eine besondere Dame gewesen sein dann hat sie auch wohl viele Verehrer gehabt Also hierher ist keiner gekommen aber ein jeder hat ihr nachgeschaut ein jeder so schöne schwarze Haar hat sie gehabt und ganz große Augen und tanzt hat sie gern jeden Abend ist sie ausgegangen in die Bar und der andere Doktor und heimkommen ist sie meist in der Früh Wo ist sie denn dann so Fischkaiserbar und Casanova Da ist noch eine Ah ja Schatanuga alles in unmittelbarer Nähe von der Pension Alt Wien Da willst du überall mit mir hin Na klar Wünschen die Herrschaften ein Taxi Nein, nein, nein wir sind selbst mit dem Wagen da Wenn auch leider nicht mit dem da Ist ein klasse Wagen, nicht wahr? Gehört dem Chef Herrn Meitner Ja Ach, wissen Sie was bestellen Sie doch ein Taxi wie wir Sie wünschen Ein Taxi Wozu? Weil du jetzt hübsch trab allein nach Hause fahren wirst Ich hab nämlich noch etwas vor Guten Abend Papa Los und Mama Jetzt bin ich nämlich richtig im Nächsten Ah, ich verstehe Schließlich muss man auch mal was für's für Lügen tun Was? Du? Also, dann müssen wir nachdenken Ich wünsche Ihnen ein angenehmes Wochenende Dankeschön Gute Nacht Das kann doch nicht wahr sein Aber was geschieht denn jetzt? Du kannst Sie doch hier in Wien gar nicht verhaften Natürlich nicht Aber es gibt ja noch andere Möffentlichkeiten Jetzt werde ich erst mal Frau Mendelssohn anrufen Was willst du mit Frau Mendelssohn? Ich soll sofort nach Wien rüberkommen Ja, hallo Guten Morgen Ja, ich hätte gern Nein, kein Frühstück Eine Nummer in München Und zwar 476265 Und zwar dringend Ja, dankeschön Wo habe ich denn jetzt? Die Länge von dem Barra, Schätz Was willst du denn mit dem? Mit dem habe ich noch ganz was Besonderes vor Grüß Gott, meine Frau Könnten wir an Meitner sprechen? Er ist gerade weggegangen Ich bin Frau Meitner Bitteschön, willkommen von der Kriminalpolizei Darf ich Ihnen vielleicht etwas anbieten? Nein, nein, danke vielmals Dürfen wir Platz nehmen? Natürlich Bitte sehr Darf ich fragen Wohin es sich handelt? Eine reine Formalitätssache meinerseits Amtshilfe Mein Kollege ist aus München Gestatten Sie Mein Name ist Bayer Sie sind doch die geschiedene Frau von Dr. Nova Nicht wahr? Ja Handelt es sich um ihn? Ja, ich habe eine gute Nachricht für Sie Es haben sich gewisse Anhaltspunkte ergeben Wonach Ihr Mann Ihr geschiedener Mann unschuldig ist Ja, das habe ich doch immer gesagt Ja, und um das Wiederaufnahmeverfahren einzureichen benötige ich Ihre Unterschrift Wenn Sie bitte hier unterschreiben möchten Bitteschön Kommt Ihnen der Füllfederhalter bekannt vor? Das ist der Füllfederhalter meines Mannes Sehen Sie, um diesen Füllfederhalter haben Sie in den Eimer praktiziert um den Diebstahl Ihrem Mann in die Schuhe zu schieben Sicher Widersprechen Sie nicht Sie haben seelenruhig Ihren Mann ins Zuchthaus wandern lassen nur um freie Bahn für Sie und Ihren geliebten Herrn Meitner zu haben Sie sind wahnsinnig geworden Ich verbitte mir diesen Ton Ich will sofort zu meinem Mann Darf ich bekannt machen Das ist Herr Vara, Schatz Wir kennen uns doch, Frau Bekeschi Nicht wahr? Bekeschi? Sie müssen mich mit jemandem verwechseln Ausgeschlossen, Frau Bekeschi Sie sind schon die Dame, die mir seinerzeit den Smaragd verkauft hat Allerdings waren Sie damals schwarzfarig Aber Blond steht Ihnen mindestens ebenso gut Ich sage kein Wort, bevor ich nicht mit meinem Anwalt gesprochen habe Es tut mir aufrichtig leid, Gnädigste Aber ich muss Sie leider bis zur Klärung der Angelegenheit vorläufig festnehmen Bitteschön, darf ich bitten